Kultur auf den Halligen Die Kultur im Norden Kultur auf den Halligen ist eine völlig andere Form der Unterhaltung und ist geprägt von Improvisation, einem zeitlosen Tag, der beeindruckenden Kraft des Meeres und verschmilzt somit zu einem ganz besonderen maritimen Schaden. Eine Erfolgsgeschichte, die im Jahre 2009 ihren Anfang findet und mittlerweile zu einer festen Größe in seiner Region geworden ist. Kultur auf den Halligen bietet Einheimischen und Urlaubern exklusive Konzerte im nordfriesischen Weltnaturerbe Wattenmeer. Ein Schiff, ein Schafstall auf der Hallig Langeness und tolle Ecks All das erlebt man an nur einem Tag. Kultur auf den Halligen ist mehr als ein Konzerterlebnis. Es ist ein Event der besonderen Art. Erleben Sie die Anreise mit einem oder manchmal auch mehreren Charterschiffen ab Schlütsil, den wunderschönen Nordseeinseln Sylt, Amrum, Föhr, Pellworm und den Halligen. Sie sitzen, manchmal, mit den Künstlern in einem Boot. Auf der Hallig erwartet Sie ein typisches, frisisches, reichhaltiges Grill- und Salatbuffet. Kultur auf den Halligen ist ein einmaliges Konzerterlebnis mit nationalen und internationalen Künstlern auf den Halligen Hoge oder Langeness. Schauplatz der Konzerte, Lesungen oder Kabarettabende sind zum Beispiel ein Schafstall, ein Warftfuß oder ein Feuerwehrgerätehaus. Erleben und genießen Sie wundervolle Stunden in einer außergewöhnlichen Location. Die Krönung des Tages ist die nächtliche Rückfahrt durch das Wattenmeer, nicht selten begleitet von einem malerischen Sonnenuntergang, einem Naturschauspiel der besonderen Art. Gerne begrüßen wir auch Sie an Bord und heißen Sie herzlich willkommen zu Kultur auf den Halligen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017